So, da bin ich wieder zurück mit einem kleinen aber feinen Infovideo, denn ihr wisst ja, Agent Jones bzw. Agent Jones allgemein hat verschiedene Stile. Hier in dem Video soll es um den Sprung 42 geben, mit dem passenden Spray noch dazu. Das ist nicht schlecht. Wie ihr das bekommt, ganz einfach. Ich sage es euch natürlich direkt, aber vorweg, wer mich gerne unterstützen will, gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen und natürlich auch gerne Creator gut eintragen. Ich habe den Skin jetzt gerade selber frisch erhalten. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt hier einfach simpel finde. Zack, da ist er. Und wie bekommt ihr den? Ganz einfach über den Battle Pass natürlich. Ihr müsst mindestens Level 60 sein. Dann, wenn ihr Level 60 erreicht habt, bekommt ihr einen Auftrag. Der nennt sich Suche eine Anonymat Anomalie in Stronghold. Ich werde euch das einfach mal oben rechts jetzt verlinken. Und wenn ihr dann so weit seid, könnt ihr natürlich auch gerne die Aufgabe euch angucken bzw. guckt es euch jetzt an, da wisst ihr schon, was ihr machen müsst. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen, wie ihr den Stil bekommt. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß beim Leveln, denn ihr seht, ihr seid wahrscheinlich gerade genauso weit wie ich, wenn. Und selbst ich habe noch 40 Level vor mir. Also euch noch viel Spaß und haut rein. Além. Lumichode.